Diesmal durfte ich das Wort wieder an meinen jahrelangen Partner Klaus Baukowitz von HLK weitergeben. Er hat Roland Kerschbaum, den Vertriebsleiter für Heating und Cooling, für Panasonic Österreich und Schweiz vor das Mikrofon gebeten. Roland weiß, wie sich in unserer Branche die Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie verändert hat. Plötzlich hat man gesehen, der Endkunde frägt Klimaanlagen, wie glaube ich noch nie zuvor. Nach der großen Verwirrung, was ist da jetzt los, die sind doch alle im Lockdown, kam die Erkenntnis, ja, die sitzen alle zu Hause im Homeoffice, im Keller, am Dachboden, in Räumen, die nie dafür gedacht waren, als Büro zu fungieren und haben jetzt einfach das Thema zu kalt, zu feucht, zu warm. Entsprechend ist hier sehr, sehr viel ein Geschäft entstanden mit all der Komplexität, die in einem Lockdown halt gegeben ist. Was wir merken ist auch, dass von Handwerksseite plötzlich völlig anderer Kontext an Fragen kommt und sich die Gewichtung bei der Anlagenkonzeption nicht nur beim Großprojekt, sondern auch eben beim Einfamilienhaus beginnt zu verschieben, dass wir uns mit anderer Art von Fragen auseinandersetzen. Großer Aufklärungsbedarf ist beim Thema Luft gefragt. Viele Handwerker haben diesbezüglich Anfragen und das nicht ohne Grund. In unserer Luft schwirren viele Dinge um und um, die wir wollen, aber auch so manches Ding, das wir nicht zwingend wollen. Bakterien, Viren, Allergene, Pilzsporen. Und hier hat es jetzt begonnen, dass aus verschiedenen Beweggründen heraus, aus dem Beweggrund der persönlichen, der individuellen Gesundheit, aber auch aus dem Beweggrund des ökonomischen Interesses ein gewisser Fokus auf das Lebensmittel Luft, wenn wir jetzt einfach diese Phrase verwenden, entstanden ist. Ich nehme jetzt einfach ein paar Beispiele. Was bedeutet es für mich als Unternehmer, wenn die Inzidenz oder die Infektionsquote in meinem Unternehmen um, sagen wir mal, 1% sinkt? Was bedeutet das für eine Krankenkasse? Wenn schwere Allergiker vier Monate, fünf Monate im Jahr auf Kortison verzichten können? Das sind alles ökonomische Werte, die können die Betroffenen sehr, sehr gut ausrechnen. Und da sieht man auf einmal, Investitionen in die Infrastruktur kann das ökonomische Äquivalent für Krankenkassen, für Unternehmer, aber auch für Privatpersonen doch deutlich verändern. Und wenn ihr noch mehr Aspekte hören möchtet, die Roland mit uns geteilt hat, dann hört es einfach in meinen aktuellen Installateur-TV-Podcast und bleibt neukrieg. In nur zwei Wochen kommt schon wieder der nächste Podcast von mir. Euer Herbert Bachler für SRK-Radio, HLK, SI und Tantyaka-Radio.